so was soll ich tun also ich habe jetzt hier meine armee zusammen gesammelt und jetzt auf mein zeichen geht es zum angriff mal den dach noch ein streiter ja so dann haben wir dann auch wieder ein bisschen zombie mäßiger das axt schlechter so jetzt gehen wir hier vor und wir werden angegriffen heilig wir sind in Gefahr aha schummel mal das da ein bisschen eisen frostskelett stufe 10 da werden wir jetzt mal den ich gehe ich gehe den kringel machen gut ja ich glaube so ist gut und dann werde ich die mal anlocken wahrscheinlich kommen wir jetzt sowieso gleich wenn dann hier diese axt schlechter mich sehen mal gespannt na ja 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 So, Frost. Auf sie mit Gebrüll. Komm. Schlachtet sie ab. Geschmückter Stab. Ja. Oh, passt. Skelettenwörter bei Stufe 5. Na, okay. Standhalten, Männer! Ja, aber da will ich jetzt eigentlich noch nicht lang. Ich will eigentlich noch da hinten. Hm. So, die sind Spinnen da. Ich glaub, da gab's nämlich noch irgendwas zu holen. Hm, nichts zu holen. Schauen wir mal. Ähm, ja, dazu muss ich natürlich, äh... Ähm... So. Mein Bogen für die Rune. Ihr... folgt... dem Titan. Befehl. Der Titan und die... Schüterin folgen mir. So. Ich meine, dass es da noch irgendwas gab. Wahrscheinlich diese... Genau, pass mal auf, pass mal auf, pass mal auf. Dunkele Spinnenseide. Naja... Für diese nichts... Nichts nützigen Tanar brauche ich ja auch nochmal eine Seide. Na gut, okay. Also, was haben wir hier? Spinne. Guten Tag. Hm. Hm. Ja, maga. Oh, ja. Stand halten, Männer! Das ist ein Hinterhalt! Oh, was geht hier? Oh, Leute! Oh, Leute! Lasst mich raus! Was ist das für ein riesen Skelett hier? Krass! Was geht da unten? Ah! Jetzt hat es noch mehr Spinnen. Da komme ich aber von hier aus nicht hin. Was geht hier noch? Da ist noch irgendwas. Da unten. Krass! Sind das irgendwelche, ich weiß nicht, Mammuts oder sowas? Skelette? Okay, ich sehe jetzt schon, ich bin etwas Siberia verseucht. Mammuts. Naja, was auch immer. Irgendwas Großes mit Stoßzähnen. Das ist ein Hinterhalt! Wie, bin ich jetzt verdieftet oder was? Die Jungen müssen halten! So, was haben wir hier? Flammenauge, Magier, Stachelschild, Rotholzbogen, Zauber, Aura, der Brillanz, Malachit. Ja, aber im Moment brauche ich den nicht. Im Abgesehen davon, dass er mir ein bisschen Geld bringt. Oh, jetzt geht das wieder los. Lasset mich durch! Ich gehe. Heieieieiei. So, jetzt satt. Ich höre. Okay... Jaaaaah... Ja, also offensichtlich hat das hier nichts gebracht. Also zumindest nicht die Seide, die ich eigentlich gesucht habe. Müssen wir mal dann ins nächste Tal gehen. Vielleicht hat es da was. Ich meine, das sah ja eigentlich so aus hier, dass da hier relativ viele Spinnnester sind. Also könnte das durchaus sein, dass da dann vielleicht was zu holen ist. Na, was haben wir denn da? Ein Axt schlechter weniger. Oh, geh mir aus der Sonne. So, halt, nein, falsche Richtung. Äh, die da bleiben? Da muss ich ja langen, ne? Hm. Hm. Vielleicht ist es da hin? Oh oh. was weiß das ich habe hier einer beobachtet oder was hat er dann irgendwelche gegner geholt ich glaube hier muss man wirklich aufpassen was haben wir hier noch einen seelenfels ja ja oh ja so passt mal auf ihr geht mal hier macht mal den da ich schleich mich mal hier vorbei und noch ein gröppchen nehmen wir erstmal den da was mit dem der läuft darüber ist okay der schatten stufe 12 eigentlich würde ich aber ganz gerne erstmal hier rum und dann irgendwie diese spinnen glatt machen das ist ein hinterhalt große waldspinne da komme ich aber nicht weiter hoch hier was geht hier mal hier mal kurz gucken was ist das hier für ein riesen gebiet ne auch nix wo geht es hier hin das geht so mit da oben lang ähm ähm ja gute frage wo ich jetzt lang gehe ne keine ahnung das geht das geht das geht also ich glaube ich gehe jetzt erstmal zurück zu meinen zu meiner armee und dann werde ich hier hoch gehen mit der armee obwohl ich könnte auch mal hierher kommen und mal gucken ob ich diese Türme da platt kriege das geht ich glaube das irgendwie geht das geht auch nicht kaum kaum nicht der die 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 Wir werden angegriffen. Joa, geht. Den kriege ich platt problemlos. Die Linien müssen halten. Stand halten, Männer. Vorsicht, Gegner. Pille Palle. Das ist ein Hinterhalt. Vorsicht, Gegner. Gut. Dann haben wir den anderen auch noch gleich platt. Dann haben wir wenigstens mal einen Zugang hier offen. Stand halten, Männer. Okay. Also, wer macht den platt? Dann habe ich den Zugang hier wenigstens mal offen. Und hier drüben hat es nämlich nochmal zwei. Dann müssen wir auch noch wieder weg machen. Und da hat es nochmal zwei. Und da wahrscheinlich auch nochmal zwei. Boah, hey. Okay. Stand halten, Männer. Die muss ich erstmal alle platt machen, bevor ich den Schatten an der Mitte mir vorknüpfen kann. Wir werden angegriffen. Okay, aber das machen wir später. Ich würde sagen, erstmal gehen wir da hoch. Und gucken, dass wir hier ein bisschen Spaß haben. Okay, so. Also, jetzt zurück zu meinen Leuten. Und dann da hoch zum Angreifen, ne. Würde ich mal sagen. Den lassen wir hier erstmal. Der wird sowieso von den Vorbeistreuen und den Skelettkriegern dann angegriffen. So, gut. Also, ähm. Befehlt. Ja. Was? Elendsegen. So, ihr folgt mir. Ich höre. Und die folgen ihnen. Gut. Da kommen schon die nächsten her. Ja, gut. Ich glaube, ich sollte dann mal... Ja. Ja, gut. Ich glaube, ich sollte dann mal... gut. Gut. Jetzt muss ich gucken, dass ich hier möglichst, äh... eng hier rechts laufe. Nicht irgendwie aus Versehen irgendwo da drüben... irgendwelche zu triggern. Oh. Ja! 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 Ich gehe. Ich gehe. So cool. Absolut mega. Ja! Ah! Jah- Ich gehe. so wir haben wir hier wieder so ein ding ja sieht nicht schlecht aus locken wir mal jemand grüß dich komm put 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 das ist ein hinterhalt geht weg ja gut also ich höre ich höre auf mein kommando so jetzt gehen wir hier mal wieder ach kommt jetzt einfach leute grüß dich so stand halten Männer ja wir sind in Gefahr das war ja einfach ok jetzt können wir hier rum gehen oder oben rum oder unten rum war hier nicht noch irgendwo einer der ist weiter drüben naja ok komm genau da also ich lauf der unten rum jetzt erstmal die folgt mir ja unauffällig nicht wahr und bevor so ähm was haben wir da junge felsspinne wir werden angegriffen so da hat es noch eine da oben hat es noch mehr niedere felsspinne vorsicht gegner vorsicht gegner d so 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 Ah, macht sie nieder! Oh. Hm, ja, und dann gehen wir mal da oben weiter. Da haben wir also noch nicht die ganze Fläche hier angeschaut. Und der Mond geht auf. Hübsch. Screenshot. Oh, was haben wir da für einen? Einen kleinen Skelett-Mörder. Oh, genau. Gut. Äh, joa. Was tun wir denn da hingucken? Ach, das ist das Fels-Tal, wo ich schon war. Stimmt, ich wollte ja zu diesen Spinnen irgendwie, ne? Gucken wir mal da jetzt mal hier hingeht. Schauen wir mal hier nochmal kurz. Gut, ja. Dann, würde ich sagen, können wir da runter gehen, ne? Oh, ja, jetzt kommen wir in dieses Spinnen-Tal, genau da, wo ich hinwollte. Oh, was kommt denn da? Komm her. Komm her. Oh, Hütscherinnenblatt. Stand halten, Männer. Die Diener der Nacht sind hier. Auf mein Kommando. Vorsicht, Gegner. Ein paar Hüterinnen plattgegangen, hm? Wohin soll ich gehen? Ja, ihr folgt mir. Ähm, joa. Gut, da oben gehen wir später lang, wenn ich sage. Jetzt gehen wir erstmal da unten rum. Gehen wir mal hier ins Tal. Gucken wir mal, was wir hier so haben. Da ist noch eine Felsspinne. Guck mal her. Junge Felsspinne. Junge und unerfahren und... ...tod. Jetzt gucken wir mal, was hier passiert. Da ist gerade niemand. Hm, das ist aber verdächtig. Verdächtig ruhig ist es hier. Da ist noch ein Knochenstreiter. Stufe 5. Tja. Ist aber auch irgendwie nix. Ich habe gedacht, ich kriege hier Spinnenseide. Oder war das vielleicht eine von diesen späteren Missionen? Ah, das kann sein, das kann sein, das kann sein. Ist das irgendwie eine von diesen späteren Missionen? Was geht denn hier jetzt ab? Leute, wir müssen uns beeilen. Was geht denn hier? Untertitelung des ZDF, 2020